hallo willkommen zu einem neuen video in eigener sache und zwar stellt sich diesmal die frage wer hat mein auto zerkratzt am 21 juli 2019 und zwar war ich zu dem zeitpunkt mit meiner ältesten tochter auf einer ministrantenweihe in bad waldsee der seelsorgeeinheit st peter in bad waldsee ich zeige euch mal deren website und zwar war ich dort weil die älteste tochter wollte dahin zu diesem fest zu dieser ministrantenweihe ich das richtig in erinnerung habe wenn das so heißt weil dort ihre geschwister waren und auch die töchter des neuen partners meiner ex frau sie wollte zeit mit denen verbringen und gesagt wunderbar kannst du machen ich halte mich raus und du kannst dazu den hingehen ist ja klar und dann waren wir da in bad waldsee und zwar am schlosssee das war sehr schön sieht man hier und die gemeinde st peter die hat hier oben auf diesem grundstück gefeiert das war toll mit bühne mit musik mit zelt mit bänken mit essen und hier konnten die kinder auch in den see springen es war ein heißer sommertag es war wunderschön und die anderen drei kinder die kam auch immer wieder zu mir habe ich begrüßt umarmt haben sich gefreut mich zu sehen und die älteste tochter hat sich natürlich vor allem gefreut zeit mit ihnen zu verbringen weil ja ab mai 2019 konnte sie die ja kaum sehen und das war am 21 juli 2019 auf jeden fall war es dann so dass um halb vier hat dann die älteste tochter zu mir gesagt dass die mutter jetzt gehen würde mit den anderen hat gesagt okay alles klar und die älteste tochter hat gesagt sie möchte noch bleiben jetzt gibt's kuchen und und dann haben wir auch kuchen gegessen es hat sich auch beim mittagessen übrigens zufällig der eine pfarrer der gemeinde ich glaube wir haben zwei neben mich gesetzt zwar wunderbar also ein sehr netter sehr moderner mensch also hat einen sehr guten eindruck die ganze gemeinde war sehr freundlich sehr nett wir haben sehr wohl gefühlt dort und wir sind dann eben auch so eine stunde später gegangen sind hier am see entlang den brühlweg entlang gelaufen zu dem parkplatz wo wir geparkt haben vor der waldburg zeit klinik in bad walze und wir haben ziemlich genau hier wo dieser weiße wagen steht geparkt vielleicht ist das ja sogar her und die ex frau hatte ihr auto irgendwie hier glaube ich geparkt könnte auch sein dass es ist also von der farbe her passt es alles wer wurde dieses satelliten bild ja auch an diesem tag gemacht zufällig auf jeden fall als wir dann ungefähr eine stunde nachdem die ex frau gegangen ist zum auto sind hatte meine älteste dochter gesagt papa guck mal da ist ein kratzer und tatsächlich auf der linken seite des autos war die ganze länge des autos entlang ein kratzer drin also hat für mich so ausgesehen wie wenn der mit dem schlüssel rein gekratzt wurde an einer stelle sogar hoch bis in die scheibe rein die ja schwarz also transparent ist aber auch ein kratzer drin und habe mich gewundert wer das war weil wir hatten die kratzer vorher nicht drin die wurden da auf dem parkplatz gemacht und die anderen autos hatten keine kratzer soweit wir sehen konnten also betraf es nur unser auto das ist mir ein völliges rätsel wertes gewesen sein könnte aber wir sind dann noch mal zurück zu dem fest weil meine torte dann gemeinte dass irgendwie die anderen noch mal zurück kämen weil es da irgendwie noch was zu gewinnen gebe oder so dann sind wir noch mal zurück zu dem fest am schlosssee und dann haben wir da zufällig den neuen partner meiner ex-frau wieder gesehen mit seiner tochter die da die ministrantenweihe hatte und meine älteste tochter stand auch neben mir und dann hat er zu mir in einem unfreundlichen ton gesagt hat mir erstmal beschumpfen und hat dann noch gesagt ich hätte seiner tochter des ministranten fest versaut hat er glaube ich wortwörtlich gesagt naja wir sind dann zurück und sind dann direkt zur polizei in ehingen gefahren und haben dann diesen kratzer angezeigt es ist mir ein rätsel wer diesen kratzer in mein auto denn gemacht hat ist völlig unklar wer könnte es sein ist ein großes mysterium tja vielleicht wenn ihr eine idee habt dann schreibt doch einen kommentar zum video es waren ja alles friedliche menschen dort es war ein fest der seelsorgeeinheit st peter in bad waldsee ich hatte sehr tolle kontakte zu den menschen die waren alles sehr sehr nett ich habe es ja gesagt inklusive dem fahrer dich kennengelernt habe deshalb kann ich mir nicht vorstellen dass es irgendjemand von dem fest war es waren sehr nette friedliche menschen wer war es wer hat da diesen kratzer über die ganze linke seite meines autos gemacht das ist ja eine tat die ein impulsiv aggressives verhalten nahe legt und es passt ja nicht zu menschen der seelsorgeeinheit st peter in bad waldsee es passt eher zu jemand der zum beispiel schon mal zwangsweise untergebracht wurde in der psychiatrie für eine gewisse zeit vielleicht drei bis vier wochen wegen eigen- oder fremdgefährdung solche menschen haben impulsiv aggressives verhalten wer das sein könnte weiß es nicht ich bezweifle auch dass die polizei da irgendwie in diese richtung ermitteln wird und so profiler mäßig wie wir es von amerikanischen filmen kennen wie die csi filme ja dass ein psychologischer profiler da ich glaube so viel aufwand macht die polizei da nicht also bitte wenn ihr eine idee habt wer das gewesen sein könnte mit dem kratzer hinweise vielleicht hat jemand ja auch was gesehen der da in der klinik in bad waldsee war und auf den parkplatz geschaut hat vielleicht irgendjemand vom fest irgendwelche hinweise sagt auch zu dem aggressiv impulsiven verhalten dieser person vielleicht kennt jemand eine person die da in der nähe sich aufgehalten hat die zum beispiel mal zwangs eingewiesen wurde in der psychiatrie dann bin ich um jeden hinweis dankbar ansonsten danke ich euch fürs zuschauen vielen dank und falls ihr über weitere videos und bescheid wissen wollt dann abonniert den freifam kanal aktiviert bitte auch die glocke damit ihr über alle neuen videos benachrichtigt werdet und falls ihr selber einen fall habt über jugendämter familiengerichte wo was schief lief und ihr wollt es öffentlich machen dann schreibt bitte an info at freifam.de und natürlich könnt ihr auch spenden um unsere sache voranzubringen nämlich die freiheit der familien je mehr ihr spendet umso mehr fälle können wir öffentlich machen der link zu den informationen wie ihr spenden könnt kommt jetzt im abspann danke nochmal fürs zuschauen und tschüss euer 1 und ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020